Und herzlich willkommen zurück, euer GB Crazy Swim, Stadion, verrückte Vögel, lang ist es her, fast einen Monat, uff. Wir haben hier eine wunderschöne Top Trainer Elite Box, besser gesagt nicht Elite Box, Top Trainer Box von Schwert und Schild. Und zwar die Shail Shail Variante. Und wir werden die jetzt mal schön aufrippen. Das Design der neuen Boxen ist ja wunderschön. Also, wir haben noch gar nichts aufgemacht, ich persönlich überhaupt gar nichts, ich habe nur einen Haufen gesehen. Und zwar, wir haben hier 10 Booster von Schwert und Schild und, oder Schworschi, je nachdem, wie man es nennen will. Energiekarten, wir haben das Büchlein und neue Karten. Wir gucken uns auch das Artwork an, was da drin ist. Wo geht es denn da auf? Wo ist die Frage? Hier. Interessiert uns ja nämlich auch. Okay, wir haben hier unsere Hundis, quasi. Einmal Station, einmal Summer Center, einmal die Labras VMAX Karte und einmal das Relaxo VMAX. Also, schon interessant. Kleben den Ding wieder zu. Warum auch immer. Egal. Machen wir halt so. Hier haben wir natürlich das schöne Heftchen, wo man alle Karten sieht. Ich kann es, glaube ich, einfach jetzt so öffnen, weil man hat, glaube ich, jede Karte schon gesehen. Haben wir ein Celebi V, ein Ruder V, ein Kudel V, ein Kellio. Habe ich sogar da. Warum eigentlich? I don't know. Nein, das V habe ich, glaube ich, aber nicht da. Einmal das Karte. Ähm, das Morpeco. Hat unsere Sitteln, sind natürlich die Wufis. Sheshi und Summer Center. Relaxo, Relaxo VMAX. Ein Urgel wäre auch cool. Dann haben wir halt ein Labras VMAX und die ganzen ankommend. Professorin ist, glaube ich, was wert. Vielleicht, weiß nicht, ob da noch viel was ist. Äh, die Aurora Energie ist zurückgekommen. Natürlich haben wir dann unsere ganzen Karten komplett aufgelistet. Und die Goldkarten, sind die auch drin? Ah, hier haben wir die schöne Seite. Die sind sehr gut interessiert, würde ich sagen. Hier haben wir Seishian Full Art, Summer Center Full Art. Die Top Trainer. Also Trainer. Ähm. Na, Hüller, Geber, Ruhe. Ansonsten, die Goldkarten. Haben wir natürlich heute zwei Wufis. Und halt die Rainbowkarten. Wobei ich sagen muss, die von den Rainbowkarten interessiert mich der eine. Ja, vielleicht das Relaxo. Das Relaxo ist gar nicht mehr so hässlich in Rainbow. Ähm. Beim Rest lassen wir sich erstmal die Geister verscheiden. Hier haben wir das neue Design, hier in wunderschönen Gold-Rumandung. Ja, bei Gold, da freut es mich wieder. Da haben wir natürlich eine goldene Zwischenlage. Krass, krass. Natürlich unseren ganzen Inhalt. Natürlich keine Promokarte, weil es halt nicht ist. Aber, wir haben die Energien im neuen Design. Die Sleeves, die was wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe keine mehr. Ähm. Ja, ist schön. Und unsere 10 Booster dürften das sein. Okay. Was haben wir denn hier schönes? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, es sind 8 Booster. Also doch nicht so. 10. Ich dachte, ich 10. Ich dachte, ich 10. Schade eigentlich. Hätten auch 10 Booster sein können. Hätten. Hätte, hätte Pfarrerkette quasi. Gehen wir ein bisschen weiter rein, würde ich sagen. Und wir rippen unsere 8 Booster. Bin mal gespannt. Wir holen uns die Code-Karten könnt ihr haben. Die Top Trainer-Karte behalte ich mir. Aber die ganzen einzelnen Dienstkarten könnt ihr haben. Fällt mir gleich an damit, oder? Da. Scannt ein und weckt der Hase. 1, 2, 3, 4. Und fangen wir mit Elektro an. Gehen auf Entwicklungsrauch. Amphira. Nice, nice. Ein Casero. Mugolok. Ein Klopterbilt. Eines der neuen Pokémon. Nibolak. Mikro ist auch ein neues. Müsste, ja, müsste neu sein. Thermowatt sowieso. Gli-Bunk nicht. Und Libero-Holo. Ich habe den neuen Holo-Effekt noch gar nicht in real gesehen. Noch habe ich schon gesehen. Ist schon... Nein, nein. Den noch in real. Ist schon interessant. Der Holo-Effekt. Er ist schon interessant. Ich fange mit einer Holo an. Hashtag immerhin eine Holo. So. Gehen weiter mit dem nächsten Code für euch. Voila. Eins, zwei, drei, vier. Fangen mit Unlicht an. Gehen zum Pokémon-Fänger. Polo. Den Vitalitätsband. Morlock. Ponyta. Picochilla. Memea. Einer der Starter. Zensek. Zensek. Was ist denn? Zensek. Ja, aber stimmt. Ein Mortiporot. Unsere Tea-Time. Und Austaus. Rare. Non-Holo. Okay, der zweite Pack war gar nichts. Der dritte Pack. Da sind wir mal gespannt. Und mal was da rausholen. Einmal die Code-Karte natürlich. Hallo. Fokus. Fokus. Schön. Eins, zwei, drei, vier. 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 Weder Unlicht. Ein Schmetterhammer. Kingler. Ein Hyperdrank. Ein Kastadur. Ein wunderschönes Krabby. Ein Gala. Zick-Zack. 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 Nehmen wir mal raus. Ein Cotini. Ein Zalanga. Ein Piscoro. Reverse. Und ein Roserade. Non-Holo. Rare. Ja. Bis jetzt war er noch nicht gut, würde ich sagen. Da es ja nur acht Booster sind. Komm, entweder jetzt die guten hinz, oder wir haben echt nur Schrott in der Box. Da, komm. Eins, zwei, drei, vier. Wasserenergie. Wahrscheinlich wieder mal auf Hopplo. Oder ein bisschen Bibero. Entwicklungsrauch. Vitalitätsrauch. Fettgefingert Apollo. Snom-Nom. 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 Ein Flunk-Kiefer. Schon wieder gefettet. Fettgefingert. Fettgefingert. Goldini. Ein Dikta. Ein Dik-Tri. Mit den wunderschönen Dik-Tri's da mit den Augen. Wunderschön. Und ein Chillabelle. Non-Holo. Ja, okay. Lasst uns einfach weitermachen. Gar nichts darüber diskutieren. Ich habe kein Glück mehr. Ich habe es doch gesagt. Alles weg. Aber egal. Todkarte. Eins, zwei, drei, vier. Eine Pflanzenenergie. Ein Tausch. Ein Energie zu gewinnen. Ein Furnifas. Ein Mooshirt. Ein Flunkie. Ein Bonita. Im Psycho natürlich. Fäden sind ja auch rausrotiert, falls ihr das nicht wusstet. Aber ich kaufe den Eifel schon. Makrabaco. Oh, ein Bikochiller in Reverse. Ich finde, das Reverse ist eigentlich wunderschön. Muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil unten die andere Farbe ist und oben. Ist schon geil. Und Intelli. Okay. Drei Packs noch. Ich sag's ja. Ich habe kein Glück. Aber egal. Code-Karten für euch gibt es gerade. Denn ich habe den Fokus gesehen, wo er war. Hinten immer auf der Holo-Karte. Böser Fokus. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben eine Sternenergie. Ein Kikalo. Aber ich glaube, wir haben alle Hopplos. Also die ganze Hopplos. Haben wir die Hopplos-Reihe schon? Nein. Hopplos haben wir noch nicht, glaube ich. Kikalo haben wir jetzt. Mogelbar. Hopp. Was ich halt nicht so schön finde, die Trainerkarten unten, diese Strichlinien. Finde ich nicht so geil. Makaba. Pampoli. Gladiantri. Ah, jetzt haben wir Hopplos. Jetzt haben wir auf jeden Fall die ganze Entwicklungsreihe. Und ein Klapp-Di-Furks. Ein Poke-Kent in Reverse. Und. Ah, Patin-Naraya. Oder Patin-Naraya. In Holo. Unsere zweite Holo. Wir haben nur noch zwei Packs. Wir haben nichts gezogen, würde ich mal sagen. Weil Holo-Karten. Okay, Patin-Naraya geht vielleicht sogar ein paar Cent. Frech'n Euro. Wenn wir gut sind. So, nochmal die Code-Karte. Na, nicht da hinten auf. Komm schon. Ich weiß, du willst die Holo-Karten fokussieren. Ein, zwei, drei. Die Klitzern halt so schön. So, du musst aber da vorne lernen. Eine Psycho-Naraya. Ach, das ist schon die erste hässliche Entwicklung. Die zweite noch mehr. Eine Bäre. Ein Volli. Ein WhatsApp. Ein Molong. Ein Klapp-Di-Ukst. Ein Nibolak. Ein Britz-Siegel. Und. Moin-Genau. Moin-Genau. Unsere erste V-Karte. Ja. Ja. Okay. Moin-Genau. Unser letztes Back. Ganz unspekulär werden wir mal aufmachen. Gucken, was drin ist. Äh, ist die Code-Karte. Eins, zwei, drei, vier. Eine Pflanzen-Energie. Ein Rotomrat. Ein... Fleck-Leon. Oder Fleck-Leon. Fleck-Leon. Oder Fleck-Leon. Ist ein eigenartiges Artwork, muss ich sagen. Aber okay. Kasurina. Chimper. Muschach. Flunk-Käfer. Bonita. Memia. Ein Inferno-Bot in... Reverse. Und... Ein Landtum. Ja. Ach ja, mit dieser herben Enttäuschung würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Euer GP-Crazy draus. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Tü-tü-tü. Tü-tü. Bis zum nächsten Mal.